Grau. Das ist momentan die Farbe, die unseren Alltag und unseren Gemütszustand wohl am besten beschreibt. Wer sich da lieber auf der Couch verkriecht oder erst gar nicht aus dem Bett kommt, den hat der Winterblues erwischt. In unserem Körper passiert dabei etwas ganz Bestimmtes, weiß die Mannheimer Arbeitsmedizinerin Barbara Bierter-Hufnagel. Das liegt an der nicht vorhandenen Helligkeit. Wenn es dunkel wird, wird unser Schlafhormon Melatonin ausgeschüttet und diese Ausschüttung wird erst gestoppt, wenn Licht auf die Netzhaut fällt. Das passiert in den dunklen Monaten aber seltener und deswegen fühlen wir uns antriebslos und müde. Und wer dann auch noch einen unregelmäßigen Tag-Nachtrhythmus hat, der ist für die Herbst- und Wintermüdigkeit anfälliger. Wir haben bei ihnen nachgefragt, ob die fehlenden Sonnenstrahlen auch auf ihre Stimmung schlagen. Ja, ein bisschen würde ich sagen, weil es halt zu kalt ist und auch das überwölkt er immer, würde ich sagen. Ja, man ist halt ein bisschen inaktiver, sage ich mal. Also nicht so aktiv draußen unterwegs, sondern macht nicht so viel Freizeitaktivitäten draußen. Eigentlich nicht. Ich habe so viele Hobbys. Also insofern stört mich das nicht. Ist doch ganz klar. Ich glaube, es war allen so. Morgenmuffel, der innere Schweinehund ist lauter als sonst. Jetzt sollte es aber langsam wieder bergauf gehen. Die Tage werden wieder länger. Das spürt auch unser Körper. Sich aber nur darauf zu verlassen, wäre zu einfach. Es gibt noch weitere Tipps, wie wir uns wieder aktivieren können. Sobald die Sonne scheint raus, wenn das irgendwie möglich ist, dass man wirklich Tageslicht abbekommt. Das Zweite ist die altbekannten Wechselduschen, dass man wirklich sich morgens so ein bisschen auf Touren bringt und den Stoffwechsel auf Touren bringt. Und was machen Sie, um in der Spur zu bleiben? An den nächsten Sommerurlaub denken, würde ich sagen. Da freue ich mich schon drauf. Ich mache eigentlich viel Sport. Also da ist es viel Fitnessstudio. Das ist so meine Sache, mich abzulenken. Dieses einfach schöne Gefühl, mir wieder herbeihole aus einem Urlaub oder sonstigen Tätigkeiten. Das ist so meine Strategie, wie es funktioniert. Aber vor allem freue ich mich auf die Frühlinge. Und neben vielen sonnigen Gedanken brauchen wir dann nur noch etwas Durchhaltevermögen und dann ist auch schon bald wieder Frühling.